ich habe irgendwelche komischen Runden drin okay ohne Magic Twist wie spielst du das Support? was spielst du eigentlich Main jetzt? also eigentlich meistens Support, aber sonst ab und zu auch Junge ah ok also ich bin Johnny das ist das was Kevin Schmack eigentlich nimmt ja eigentlich hasse ich Junglen man versucht trotzdem meistens ohne Erfolg ich habe die Sorge dass der Fist ziemlich dick werden wird oh wenn ihr mich invaden oder irgendwie sowas, das rastet dich raus ey ich war nach euch vor ich hatte sowas ich möchte dir einfach nur drauf fahren Achtung Rage nein also eigentlich Rage ich nie Leute ich habe den Crowder geklaut ich habe ihn nie so untertrieben aber ich versuche mich im Sound zu also ich beleidige auch jetzt nicht allgemein eigentlich nie im Chat aus also das letztige war schon ziemlich extrem von mir einfach nur weil ich nicht gebannt werden will wird man dafür schnell gebannt? ja angeblich schon aber also ich war damals eine Zeit lang voll gebannt aber ich wurde jetzt seit 3 Jahren glaube ich 2 Jahren nicht mehr gebannt seitdem versuche ich auch eigentlich gar nicht mehr zu flamen ich habe eigentlich ein ganz böser Lausbub jedes Game fuck irgendwas und ja oh sie wünschen sich dass ich twirke oh das ist nicht schön jetzt ganz ruhig konzentrieren und nicht ausrasten ich habe gleich das Smite über die Wand irgendwie gesessen LOL wirklich du bist tot Dankeschön oh Fiss fängt mir da Dorons Blade an damit interessant Dorons Blade okay das ist mir auch noch ja ja der Khazadin wird bis Level 6 gestompt oder auch ab Level 6 gestompt werden ich denkst du im Late Game finde ich den Khazadin insgesamt stärker falls er Roam findet oh Khazadin ist glaube ich tot Khazadin ist tot ja wird sie geblänen lassen und Fiss auf der Rune keine Ahnung die pickmitte und ich wollte hervorrein und ich kann eigentlich jetzt schon die Mitte halten gang holy shit kann ich ein bisschen die Spiel lichen schön good job der Red Pot oder ja wir haben Khazadin bei Level 1 und Fiss bei Level 2 das war das Problem sonst hätte Khazadin glaube ich sogar gewonnen und jetzt ist Topline auch tot er hat ein Double Buff fuck ah well whatever pfff rache schön 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 und ich auch Frisch hatte ein Kill bekommen von der frisch pfff 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 pf pfff und die mittleren habe ich an der gesehnen sie haben nicht reagiert besitze er konnte nicht ja gehen dort über die der riebe und so bin mit den ich sehe die Brottshausburg Prozent Normal. Ganz normales Normal-Sauber. Ja... Ja, ich kann den eh nicht killen, nun. Fuck! Nein, 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 nein. Das ist zu weit gepusht. Jetzt könnte ich Mitte gehen, endlich mal. Aber ich... Oh, und der ist miss. Ich hab gerade fast einen Quadra-Kill gemacht. Du hast Blades Ring und ein Ding, das ist ja... Kann man den Normal try-harden, oder ist das schon zu try-hard? Kann man machen, ja. Oder ist das schon zu try-hard? Ich war mir jetzt nicht sicher. Das ist echt zu try-hard. Nee, ernsthaft. Weil dann würde ich mir jetzt mal einen... ...Hurricane kaufen. So zum Spaß. Was können wir machen? Ein Normal-Game würde ich das erst recht üben als... Oh mein Gott, der Typ stimmt schon wieder. Fuck, dude. Buy Wards, please. Buy Wards, please. Wtf? Ich hab' uns rechtet Ignite. Da, Hurricane. Ah, ich hab' rekengered dafür. Mann, ich glaub' erst das. Oh mein Gott, bis Elise! Sehr gut. wird dort die job team auch auf die schaffenden das ist einstieg aber es war auch mehr glück als verstand davon und schon der vermisende ausgehen das am weitest du ich dachte lustig er hat er gesagt hat er macht auch die Sprech Exus der Pflicht aus dem Weg es ist ein kompetenter Aufregung der Zürcher das man kann ich mich hat so lange keine Witte mehr spielt ja nicht auch immer auf der Ehring Aftel nach Bündnis die die Wiener Bauern war es sei es nicht nur möglich die die Ehe in die Arme der Ehe und Pläne und wird durch die Zettbewerbs und das ist das auf oder ich brauche noch ein paar ganz ehrlich auf dem Ausdämpfer ich weiß ich muss ein paar oder man andere Maus zu legen diese Salaure im Klicken die Smart gibt es lassen aus der Fahrt ich denke nicht Prozent Kürzer 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 ich hätte es nicht ich würde so weit schicken Prozent Berger Kürzer er hat mir doch die Eier und so wie bei sich nicht die Prozesse es wird so übel werden auch der Weile das Problem ist der Kater die müsste endlich anfangen zu werden müssen spürst du beides der Kälte zu gehen wer kann man machen ich bin der Karte und die Welt ist mir auf der Karte nun ist die Grund kann man tun wo sie nicht mehr so gut die europa ist auch krass so wenn wir nicht oder doch nachhaltige feindlich ist okay ich bin auch gut da muss er nicht zurück und fällt wenn sie größte bettungen der anderen schenke dich das vernerven oder so er es wird er kommen oder wir haben ja noch fest dann können wir sie machen ich meine ich habe geht und ein wir können nichts tun wir können nichts tun wir können nicht haben singen das geld findet daumen hoch ach man das ist doch kacke der javan hat 7 0 der ist so weit erhält ich könnte nichts tun QQ more okay mehr okay du kleiner Typ du das ist feilig kann sein wenn wir versuchen unten zu gangen dieser Moment wenn der Support mehr farm hat als der jungler wenn die jinks die mir so pusht wie gerade eben anfing ich komme jetzt runter direkt mach einen Wölfe und füllen dann nach unten ich bin halt kein guter jungler davon abgesehen aber kann sich's nie ansehen oh ein bisschen Angst um euch komm mal über die Lane schluck auf okay ja dann will die mich verarschen ich hasse Anivia ich hasse sie warum hat er gewordet ich hasse Anivia ich hasse sie bitte band die Fotze oh mein Gott das wird nicht gut boah der Limit ach du schluck Lauf ich kümmer noch den die Jinks ich kümmer noch den ich kümmer noch den Alter oder oh dieses gehämmerer ist so OP ja let's spam oder du das ist oder du 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 dieser Moment wenn der scheiß Jungler 8 Level 18 ist und alle anderen nicht wot der fuck da der bitte klickklickklickklickklick klickklick drüber alter ich feier es bis jetzt mal so einen zähler haben wie viele klickst du noch? wieviele klickst du in einer Sekunde? warspiecookiclicker und klick nur, ohne irgendwas zu kaufen So, ich tryhard'e so hart gerade, das ist unglaublich. Kommst du, kommst du, danke. Ich hab' meinen Hurricane gekauft, GG. Oh, ich hab' Blue-Waff, geil. Oh, oh, komm' ich, Branch? Dieser Moment, wenn der Jungler so viel Farm hat, sogar mehr ist der Midlaner, what the fuck? Und mehr ist der Toplaner, what the fuck? Ich hab' auch geflasht, beide geflasht, beide überleben, ey, das ist nicht dein Ernst. Oh, schön! Scheiße, nein, hab' ich sie gegeben. Oh mein Gott. Krieg's denn noch? Diese, ja, sehr gut. Sehr schön. Muss ich noch wegkommen? So. Dann war's super. Oh, tschüss. Ich hab' keinen Smile. Und der Kazadin? Krass, der Javan hat 8-0. Die Glieder und Dings. Lieber Javan 8-0 als Fiss. Hm. Uh, da Mitte hast du jetzt. Uh, hohoho! Ich hab' den Astor. Hast du gesehen, da Mitte? Nee, hab' ich nicht, hab' ich nicht. Aber anscheinend war's gut. Er hat richtig schön die Ulti gedodged. Von Fiss. Das haben wir nicht gesehen. Mit dem Knie? Ich hab' den Hummer kreit. Ich hab' den jetzt nicht gesehen. Aber es würde mich wohl nicht sehen. Wie viel wird den Knie entstanden. Die Knie kennengelernt. Ich hab' den Knie und das Events gerne. Und so mit dem Knie. Und so mit dem Knie. Wir haben die Knie. Im Knie. ich habe gewonnen ich bin nie SMTS das ist der der klickt weil er geschrieben hat warum ist Biddy nicht im TS? ich bin da aber are you ready? auch eigentlich alles ab ich glaube der Drake ist aber geworden hast du einen pink für Drake? oh ok die sind gerade schon weg die haben auch gepinkt gerade oh der ist auch da oh ich ping schnell oh pass auf der Jarvan ist da oben oh ich habe einen friendly gekriegt WTF oh ich war nicht mal freundlich ja aber nur Ruhe oh Jynx 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 Jarvan geht auch nicht ok Jynx ist down fresh ok Jarvan oh der Kha'zix oh was macht der Kha'zix hier? allk er Kha'zix alter redu ich muss wegseln schöy ja gut kriegen wir kriegen wir komm kriegen wir auch noch er isè is um er is um ja nicht mit Mana oh ok es kommt ihr ganz presupreSun noch mal T nie Capital circa 这么 Jolo! Egal, er sollte nicht rumholen. Ignorieren einfach! Ja ja, passt schon. Jo, tschau! Ein bisschen Gold, schönes Ding, schönes Ding. Das war ne super Aktion, das hat uns gut ins Spiel zurückgebracht. Das erste Licht der Nacht. Ja, der Kaiser, den ist anscheinend ein bisschen angefisst. Oh, aber Dings verboten hat Jingles. Geh weg. Nice. Sollte er wohl verteidigen, mach ich doch keine Ahnung was er will. Ja, aber er ist doch selbst da. Verstehe ich auch nicht. Ein paar Meter da, da brauche ich nicht hingehen. Da werde ich gleich noch geflampt dafür, dass ich dann auch einfach die Lane push aus. Ups. Mit den alten Makros. Auf diesen Eins. Warte, hier ist Jarren. Nice. Toplane. Was ist weg? Oh, f***. Oh, f***. Oh, f***. Oh, f***. Da-da-din. Schön. Ich will Kaza-Rage, dass ich den Kill bekommen habe. Ich freue mich, dass er bis jetzt jeden Blu-Waff bekommen hat, der Team. Meine Herren. Ich bin so mad. Aber der Jack scheint jetzt auch langsam die Toplane zu gewinnen. Ähm, ich weiß nicht. Äh, wen ich gleich zocke. Äh. Keine Ahnung. Ich würde gerne mal wieder meine Lane bekommen. Machst du nen Journey aber auch gut, ne? Ja, ich vers- ich geb mein Bewusstnis. Aber, das ist echt. Oh, Kaza-Din. Reicht das? Müsste reichen, oder? Ja. Pass auf. Oh. Jetzt müssen sie an mir vorbeifeln. Verkazin geht da um. Oh, hier ist ein Thresh. Äh, der Thresh kommt. Oh, javen, 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 javen. Ah, wir haben ihn. Wir laufen. Kommen auch noch runter, aber ich bin zu spät. Mein nächstes Mal. Oh, schön. Stopp. Ah, das reicht nicht. Schade. Ich töte ihn, ich töte ihn. Komm, dir entgegen. Aber du solltest ja vielleicht versuchen zu verschwinden. Oh, ist so low. Schön. 40 Leben und ich laufe. Ja, laufe einfach. Kriegst du? Nice. Schön gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Hoi. Ach, die Jassy ist ein Fisch. Hier, komm. Aber interessiert dich. Naja, geht da mal vorbei. Ich will den Red Waff haben, deswegen. Ich bin nur hier geblieben. Hmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm. Er ist mir nicht der Nummer. Als er waren als er nicht der Nummer. Also er entschuldigt sich gerade flameter noch, jetzt entschuldigt er sich. Ich würde ja nicht entscheiden Ja echt bei Dragon, ne? So 1-2 Minuten Ja, der kommt in 22 irgendwas Hallo Chaos 45 Ich bin direkt mal runter, aber ich denke, die werden da irgendwo ein Wort haben Eigentlich nicht, aber ich habe das alles recht gut aufgesucht Mir geht lieber studieren Was machen die denn? Ach, er bleibt schon einfach stehen Oh, jetzt habe ich ihn bekommen Ich wollte ihn gerne eigentlich dem ISB lassen Aber Ach, natürlich, das ist sie! Schreibt aber mit uns! Das sagen sie alle Ach, den habe ich ja nicht resettet, okay Oben wurde gefeedet, okay Hier ist direkt schon mal so ein Drag Naja, jetzt sieht es auf jeden Fall richtig gut aus Ja Ich denke, das sollten wir eigentlich schon Okay, im Kasten haben wir uns immer übertrieben Aber wir sind weit vorne Ich habe auch 8-0 schon Hm Ori ist ein super Champion, ja Immer wieder Wie wir die Spam können, kann ich den Drag-Timer gar nicht mehr lösen Ach Wie wir die Spam können, kann ich den Drag-Timer gar nicht mehr lösen 28 Ähm, Ranker oder Aatrox? Ich denke, Aatrox persönlich Meine persönliche Meinung Die Sonne geht immer wieder ab Die Sonne geht immer wieder ab Die Sonne geht immer wieder ab Da flasht sie schon Schön Oh, da kommt ein Dings Oh, ich steh da unten Ja, der Fisch ist auch ziemlich behind, der ist halt mit 13 grad noch. Oh, da wartet er. Oh mein Gott, das reicht aber nicht. Oh, ich muss aufpassen, ich stehe in der Dings halt. Ja, sieht gut aus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der Bärkarm ist drin, Kha'Zix. Warte. Oh oh. Schön, 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 schön. Oh, der Fisch. Komm zu dir. Nein. Dappt. Kill'em all. Oh, ich glaube ich komm noch nicht an. Oh, schön. Oh, sehr schön. 11 nur 6. So muss es sein. Bam bam bam. Bam bam bam. Ach. Zu. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Achtung ein Javan. Da ist er. Javan kickt aber auch nicht mehr viel gebacken. Javan kickt aber auch nicht mehr viel gebacken. Da hat einer. Da hat einer. Link gepostet. Ach, das sieht gut aus. Oh. Oh, das ist gut. Wie lead. Ich bin da. Oh, Schiffel? Quarta, komm, nimm, nimm, nimm! Jaaa! Oh mein Gott! Der Fisch gibt ihm keinen Finten! Komm weg, der Fisch! Komm weg! Boah, ey, ich hab voll keinen Bock mehr! Warum? Was ist los? Arbeit! Jaaa! Mach mal jeden Tag drei Stunden mehr, dann weißt du was abgeht! Hast du das nicht bezahlt? Will die frei haben, ich will die nicht bezahlt bekommen! Ja, oder so! Dann kann ich ein bisschen relaxen! Das ist mir im Moment mehr geworden! Aber ich bin mal eben bei Eero, einen Moment! Der Blue ist doch auch ab! Wenn du ihn nehmen willst! Joa, klar! Geh einfach mal hin! Oh Gott! Surrender! Sieg! Jaaa! Gott zwei! Oh, WP! Dieses! Ja, lieber hat gesagt, er hat Krebs bekommen! Das ist das, was ich dazu da! Ja! Ja! Ja!